Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie kommen her, um sie zu suchen und dann fährt sie in sie rein? Voll merkwürdig. Na recht. Gedanken haben eine Kraft, die man nicht sehen kann, die aber definitiv da ist. Also, ich denke jetzt intensiv an Pizza. Haben Sie das gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Man muss vorsichtig sein. Vielleicht verschont der Hurricane Louisiana. Ja, klar. Oh mein Gott. Alles, was einem widerfährt, kann sich irgendwie zum Guten wenden. So ein Dach kostet sicher um die 10.000. Darf ich helfen? Wieso helfen Sie mir, Bray? Weil ich es kann. Woher kennen Sie Miranda? Oh, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wieso stehen Sie dann auf ihrem Dach? Wieso willst du Tucker denn nicht? Weil sie ihn nicht liebt. Nicht so wie Dad. Alles, was dein Dad für dich wollte, war, dass du glücklich wirst. Woher willst du das wissen? Was machen Sie da so? Ich genieße den tollen Sonnenuntergang. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Wir zwei sind nicht ohne Grund zusammengestoßen. Was steht drin? Was ist mit unserer Stoßstange passiert? Karma. Vielleicht fährt sie auch einfach nur mies Auto. Es ist ein besserer Tag. Es ist ein besserer Tag.